Hör gut zu, denn ich erzähle es dir nur dieses eine Mal. Eines Morgens war mein Zimmer von Licht durchflutet und es sprach zu mir. Es sagte, du wirst einen Sohn gebären. Dich mit Namen Jesus. Ich war 14, als du zur Welt kamst. Fast nur ein Kind. Warum hat Gott mich erwählt? Was, wenn ich nicht stark genug bin? Wir müssen ihm vertrauen. Jeden Tag aufs Neue. Was sagen wir unserem Jungen? Wie erklären wir Gott seinem eigenen Sohn? Bewahre deine Macht in deinem Inneren, bis dein Vater im Himmel dir sagt, dass die Zeit gekommen ist. Es gibt Gerüchte über einen Knaben aus Bethlehem. Du weißt, was zu tun ist. Los! Los! Der Messias ist geboren. Sein Stern steht am Himmel. Er wird uns erlösen. Wir suchen eine Familie aus Nazareth mit einem Knaben namens Jesus. Vater im Himmel, führe mich auf deinem Weg. Er ist im Tempel. Wer bist du? Er ist doch nur ein Kind. Er ist mehr als ein Kind. Alles, was sie erbaut haben, wird zusammenbrechen. Und aus der Asche ihrer Welt werden wir eine bessere erbauen.